Musik Gehen Sie mit Annickse auf Reisen. Das ist wirklich gefährlich, oder? Zusammen mit Susanne Fröhlich entdecken Sie diese Woche Samstag die kanadische Prärieprovinz Alberta. Also, Alberta ist eine Reise wert. Und das nicht nur im Sommer, sondern ganz besonders auch im Winter. Lernen Sie den berühmtesten Eisskulpturenmacher der Welt kennen. Und begleiten Sie Susanne Fröhlich ins Skigebiet Banff. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß in Alberta. Annickse auf Reisen. Immer samstags um 14.30 Uhr.